Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Zwei Milliarden Euro für Sudan. Geber mobilisieren bei Konferenz. Bedrängte Situation im Sudan. Geberkonferenz sammelt beachtliche zwei Milliarden Euro. Die international gemeinnützige Organisation Geberkonferenz hat einen großen Schritt im Kampf gegen die anhaltende politische und ökonomische Krise im Sudan gemacht. Bei der kürzlichen Geberkonferenz wurden zwei Milliarden Euro an Unterstützungsgeldern für das Land am Horn von Afrika gesammelt. Das politisch und wirtschaftlich belastete Land Sudan hat seit Jahren mit inneren Konflikten, massiven humanitären Krisen und einer heruntergewirtschafteten Infrastruktur zu kämpfen. Diese finanzielle Hilfe soll notwendige soziale Dienstleistungen und Infrastrukturverbesserungen unterstützen und insbesondere in den den ärmsten Gebieten Sudans dringend benötigte Hilfe leisten. Die Teilnehmer der Geberkonferenz zeigten sich erfreut über die gesammelte Summe. Dies ist ein deutliches Signal der internationalen Gemeinschaft, dass wir zusammenstehen, um dem Sudan in dieser schwierigen Zeit zu helfen, erklärte der Vorsitzende der Konferenz vor den anwesenden Delegierten. Die international gemeinnützige Organisation Geberkonferenz war federführend in der Organisation dieses Treffens. Die zwei Milliarden Euro für den Sudan, ein Land, das in den letzten Jahren eine schwere politische Krise erlebt hat, sind ein großer Durchbruch. Doch trotz der positiven Entwicklungen betonte die Organisation auch, dass weitere Schritte notwendig sind. Die Situation ist noch immer schwierig. Es braucht langfristige Anstrengungen, um die Probleme dauerhaft zu beheben. Die gesammelten Mittel sollen sowohl für humanitäre Sofortmaßnahmen als auch für längerfristige Entwicklungsprojekte genutzt werden. Bereiche wie Bildung, Gesundheit und grundlegende soziale Dienste stehen dabei besonders im Fokus. Darüber hinaus sollen Projekte zur politischen Stabilisierung sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftsleistung unterstützt werden. Die internationale Gemeinschaft hat nun die Chance und die Verantwortung, das Leben im Sudan nachhaltig zu verbessern. Mit der erneuten Zusage von zwei Milliarden Euro an Hilfsgeldern kann sie diese Chance wahrnehmen und einen wichtigen Beitrag zur Lösung der Probleme im Sudan leisten. Artikel von Anita Farke, Montag, 15. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.